ihr lieben herzlich willkommen zu einem neuen video zu einem neuen interview hier auf diesem kanal ich freue mich heute wieder ganz besonders dass der liebe söhren neben mir sitzt hallo söhren ja söhren schumann hat schon verschiedene wertvolle online kongresse ins leben gerufen entgiftungskongress gehirn und nerven kongress empfindet ihr auch auf verschiedenen sozialen plattformen magst du noch kurz was zu dir sagen bevor wir in unser thema einsteigen ja kurz und knapp zu mir ich habe sportwissenschaft studiert bin aber zum mitte des studiums so krank gewesen dass ich quasi keinen sport mehr machen konnte also ich konnte kaum noch was machen war nicht mehr belastbar hatte sogar ein attest dass ich nicht an den praktischen übungen teilnehmen sollte lieber wegen meiner gesundheit weil die belastung zu groß ist und dann ging bei mir so die gesundheitliche reise los also war dann bei dutzenden von ärzten alle haben gesagt ich habe entweder nichts oder es ist psychisch bedingt oder es ist einbildung und wenn ich dann irgendwann auf die ursachen suche gegangen und so kam ich dann auch zu themen wie ernährung nahrungsergänzung entgiftung parasiten und so weiter und so fort und so ist jetzt wahrscheinlich auch dazu kommen dass wir in kontakt gekommen sind und jetzt auch dieses video aufnehmen ich habe ja auch genau ich habe in leipzig studiert und du wohnst ja auch leipzig da haben wir uns dann auch getroffen und ja schauen wir mal was wir heute heute so zu berichten haben in dem gespräch ja ich habe ein besonderes thema herausgesucht warum können superfoods eine gefahr für unsere gesundheit sein sind sich vielleicht viele menschen nicht bewusst ich erinnere mich gerade an meine anfangszeit hier auf youtube da habe ich die vielfalt der pflanzlichen rohkost aufgezeigt in zwei teilen was man alles so in der veganen rohkost essen könnte und da waren natürlich auch viele superfoods aus aller welt dabei kakao und verschiedenen varianten gojibeeren paranüsse und so weiter und so fort und wir tauschen uns ja schon seit einer weile aus über das thema entgiftung und auch schadstoffe und da hast du mir einige sachen berichtet wo ich dachte okay das wissen glaube ich viele menschen nicht viele denken sie kaufen sich jetzt hier bio superfoods und tun ihre gesundheit dabei etwas gutes und dabei wären gewisse dinge sind nicht bewusst also viele menschen sich gar nicht bewusst dass auch diese superfoods auch in bioqualität trotzdem belastet sein können und da würde ich gern heute mit darüber sprechen weil du dich schon ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt hast und du mir immer mal davon erzählt hast und genau ich würde gleich mal an dich abgeben was sagst du zu dieser thematik können superfoods unsere gesundheit gefährden ja auf jeden fall können sie natürlich die frage wie definiert man superfood weil ein superfood was die gesundheit gefährdet ist ja dann kein kein superfood mehr aber das was so offiziell als superfood bezeichnet wird kann in konventioneller qualität auf jeden fall und aber auch in bioqualität wie wir spät auch sehen werden ja unser gesundheit unsere gesundheit gefährden weil die teilweise mit sehr vielen ja toxischen substanzen belastet sind zum beispiel mineralöle oder verschiedene pestizide herbizide fungizide die auch teilweise in bio lebensmitteln also in bio superfoods nachgewiesen werden problematisch ist es besonders bei produkten die von außerhalb der eu kommen also zum beispiel aus asien oder südamerika weil ja dort werden halt auch substanzen eingesetzt auf die weder dort noch dann hier also die sachen werden ja auch teilweise quasi dann noch mal in deutschland getestet wenn die hier in den verkehr gebracht werden ja auf die dann nicht getestet wird weil teilweise substanzen auch verwendet werden wo vielleicht hier die prüfstelle gar nicht weiß dass diese überhaupt existieren ein beispiel davon ist zum beispiel paraquat das ist auch so eine chemische substanz ein ein pestizid was auch anscheinend in der biolandwirtschaft verwendet wird aber was ja auch für den menschen sehr sehr gesundheitsschädliche wirkung hat und ja dann kann vielleicht noch dazu kommen dass vielleicht sage ich die anforderungen niedriger sind gerade bei wenn es halt nur ein eu biosiegel ist oder auch dass vielleicht auch böden einfach generell mehr belastet sind wie zum beispiel in indien haben wir viele böden die eher mit bleibelastet sind und ja so kann dann eins zum anderen kommen und dadurch muss man dann genau hinschauen okay welche superfoods nehme ich noch zu mir woher kommen sie was macht sinn was macht weniger sinn wo haben wir vielleicht eine einheimische alternativen und ja darüber können wir mal genauer sprechen und einspruch habe ich noch vom dr max otto brucker kennen wahrscheinlich einige von euch otto brucker der doch einige bücher geschrieben ist um auch so ein bisschen ernährungspionier der hat halt früher mal gesagt essen und trinken sie nicht so für werbung gemacht wird das hat sich halt auf die sage ich mal fernseh und radio werbung bezogen damals bei dem gab es ja noch nicht so war das internet noch nicht so verbreitet und die sozialen medien natürlich wir machen auch werbung für sachen ist klar aber das heißt man muss das jetzt ein bisschen differenzierter betrachten natürlich gibt es auch richtig gute superfoods wo man auch ja für die geworben wird aber man muss halt genau hinschauen was ist drin was ja beziehungsweise was ist nicht drin und dann halt seine ja seine konsumentscheidung treffen ja ja es ist ja das ist schon geht glaube ich schon so ein paar jahre rum auf einmal ploppte der begriff superfoods auf ich bin ja auch immer so ich mag ja auch immer gern so die er so die deutschen begrifflichkeiten man könnte kraft aber kraftfutter oder power wie der power macht also es ist ein bisschen schwierig das dann so zu bezeichnen aber wenn man so superfood sagte gehören für mich eindeutig die meisten können sich das denken sprossen wild pflanzen dazu die sind aus der region weil man da wirklich auch ein gutes saatgut hat im biosaatgut obwohl man da auch nicht auch selbst in dem biosaatgut was ich verwende für meine sprossensucht können schadstoffe enthalten sein also auch nicht zu blauäugig aber das hat mir schon in einem anderen video angesprochen deswegen ist es wichtig auch auf eine gute entgiftung zu achten auch auf eine tägliche entgiftung um dem entgegen zu wirken wir leben nun mal an zeiten wir können nichts mehr ausschließen also eine gewisse belastung auch wenn es nur kleines kann immer enthalten sein deswegen ist eine tägliche entgiftung wichtig ja früher ich hatte ja schon erwähnt kakao goji beeren pacher nüsse moringa schia auch chlorella spirulina zählen ja zu den superfoods und die kommen ja aus aller welt auf meinem kanal ja auch immer mehr in diese richtung regional saisonal also der hauptteil sollte schon saisonal regional sein obwohl man natürlich auch nicht ausschließen kann selbst in saisonale regionaler kost lebensmitteln können schadstoffe enthalten sein aber wie du auch angesprochen hast in anderen teilen der welt können schadstoffe verwendet werden die bei uns eigentlich verboten sind wo man die ist ausschließen kann wenn man lebensmittel aus der eu verwendet hast du so ein paar zahlen für uns oder so ein paar lebensmittel wo man wirklich sagen kann da lieber aufpassen also zahlen habe ich jetzt nicht direkt was ich aber habe ich habe vorhin extra noch für für die für die nation und artikel gekauft vom ökotest und da können wir jetzt mal reinspringen und da mal drüber fliegen da stehen auf jeden fall ein paar interessante dinge drin zu sachen die dort gefunden wurden und ja dann quasi empfehlungen die ausgesprochen wurden und ja auch an interessanten stellen mal genauer hinschauen also genau hier werden superfoods auch als supertocks zeichnet also weil sie halt auch viele gifte enthalten können ja hier wird noch mal auf die thematik eingegangen über die wir gerade schon ein besprochen haben was jetzt quasi relevant ist ist ja was was wurde getestet oder wie was wurde festgestellt und zum beispiel wurde halt festgestellt dass schauen wir mal hier mineralöl blei und kadmium und überhöhte funde von pestiziden zwei drittel der getesteten produkte wurden ungenügend oder mangelhaft bewertet und nur vier produkte es handelt sich um bio guccibeeren bio schiasam und zwei bio kokosöle haben sehr gut und gut enthalten ich weiß nicht genau wie viele getestet wurden aber es wurden auf jeden fall deutlich mehr getestet und was hat auch ganz klar dasteht dass in bioprodukten mehrere pestizide nachgewiesen wurden später wird auch noch von mineralöl besprochen und ja einfach grundessenz ist dass verschiedene sachen drin sind verschiedene toxide drin sind wo man nicht davon ausgeht dass sie drin sind man zahlt ja auch ein gewisses geld dafür bei den exotischen superfoods zahlt man vielleicht noch mal ein bisschen mehr sogar und da ist es ja wichtig dass man das auf dem schirm hat und dass da das seine konsum entscheidung ja überdenkt diesbezüglich silke du hast ja das vorhin auch mal überflogen hast ist bei dir irgendwas wo du sagst das hatte ich also das hatte ich erstaunt das fandst du interessant ja da war ja pure raw spirulina pulver drin ich schätze aber das ist das aus china weiß ich nicht hat ja mal eine ganze weile spirulina aus deutschland angeboten aber gab es ja mal eine weile keins mehr und das mittlerweile ist es wieder im shop also ich schätze das war das das chinesische aber man warnt ja eigentlich schon seit jahren vor auch vor bioprodukten aus china da kommt ja teilweise auch ingwer her oder knoblauch oder also die können höchstwahrscheinlich belastet sein also da gab es auch schon reportagen und untersuchungen dass da oft eben auch in der bio leidenwirtschaft schadstoffe eingesetzt werden die bei uns gar nicht mehr zulässig sind worauf dann auch nicht geprüft wird ja genau also zum beispiel hier steht auch bio rohkakao wurde viel kadmium gefunden auch blei kommt immer wieder vor was ja nervengifte sind ich glaube in einem irgendeinem gespräch hast du ja mal gesagt es gibt kaum unbelasteten kakao kann das hat das oft kadmium belastet oder also dass man dabei kakao vor allem aufpassen sollte ja also sieht man ja auch hier dass in dem bio kakao auch diese substanzen drin waren das natürlich die frage okay wie ja wie viel würde ich mir davon zuführen natürlich muss man das auch ein bisschen relativ sehen wir sprechen jetzt darüber es gibt natürlich auch leute die ernähren sich nur von fast food das wahrscheinlich deutlich mehr müll noch drin als wenn jetzt in einem superfood bio oder nicht bio aber wir sind ja hier die leute interessieren sich für gesundheit für gesunde ernährung und auch für gesunde lebensmittel und dann muss man halt schauen okay was ist drin und was ist nicht drin und was ist vielleicht hochwertig und was vielleicht eher weniger hochwertig also ich bin durch den doktor mutter da noch mal speziell drauf gekommen weil er hat explizit davor gewarnt sachen zu essen die nicht in europa angebaut wurden und habe mich dann auch mehr damit beschäftigt und er hat auch gesagt ja also verschiedene pestizide mineralöle in in verschiedenen er hat das auch in einem vortrag erwähnt ich habe mir das mal rausgeschrieben also zum beispiel stevia sagte glyphosat und paraquat was schon erwähnt habe in chiasamen auch dieses paraquat in verschiedenen grünen pulvern auch verschiedene pestizide blei mineralöle spirulina hat häufig blei und aluminium kakao hat häufig kadmium mineralöle und insektizide oder auch gojibeeren häufig pestizide hamfsamen mineralöle was ich jetzt für mich persönlich als konsequenz daraus gezogen habe ist dass ich halt möglichst die sachen aus europa am besten aus deutschland oder österreich zum beispiel auch hole gibt es die meisten oder halt auch andere sachen gar nicht mehr konsumiere oder so gut wie gar nicht nur was ich wenn ich mal unterwegs bin oder irgendwo eingeladen werde wenn mir da jetzt eine bio goji beere angeboten wird kann ich es auch mal probieren aber seitdem ich diese infos habe konsumiere ich sehr sehr wenig was jetzt aus zum beispiel aus südamerika oder asien kommt ja ich weiß nicht silke wie sieht es wie sieht es bei dir aus gibt es oder welche was was hat jetzt auch noch mal diese dieser bericht bei dir bewirkt in deiner in deinem konsum also ja ich habe ich habe durch den bericht gemerkt ich bin auf einem guten weg weil ich schon auch regional und europa bevorzuge also eher so den mitteleuropäischen raum oder wenn auch mal frankreich italien spanien griechenland bei gewissen produkten ist auch in ordnung aber dass der produkte konsum außerhalb europa sehr gering ist außer vielleicht so bei kakao rum kakao pulver das gibt es nicht in der eu kakao kommt ihr wieder aus afrika oder mittel und südamerika kommt auch eigentlich nur aus südamerika wenn ich mich recht erinnere auch moringa afrika ich weiß da gibt es auch kooperation man muss halt schauen es gibt natürlich auch weltweit permakulturen gewisse kooperationen einer permakultur wo wirklich man muss halt einfach schauen man muss einfach gucken mit was man resoniert vielleicht bei den firmen auch mal nachfragen woher die das beziehen glaubhaft versichern können dass da bewusst keine pestizide eingesetzt werden das wirklich permakultur so dass sie das regelmäßig prüfen also wir wollen jetzt hier auch nichts schlecht machen wir wollen einfach nur impulse setzen aber doch keine angst machen wir wollen einfach wenn ihr euch für gesunde ernährung interessiert dass ihr euch einfach bewusst macht dass das das schadstoffe in den superfoods drin sein können und das genau dass wir euch einfach das zur verfügung stellen diese infos dass ihr einfach schaut was macht ihr damit ja was ich auch also was mich auch noch mal überrascht hat ich ich kannte quasi nur den kostenlosen artikel bisher auf der internetseite und als ich mir das heute geschaut angeschaut habe hier sind jetzt noch mal zum beispiel nur nur die bioprodukte aufgelistet und da sind ja wirklich einige die wahrscheinlich auch der zuschauer schon regelmäßig mal konsumiert hat auch von bekannten firmen die dann mehrfach als ungenügend eingestuft wurden aufgrund von äh ja pestizid belastung wenn es jetzt genau interessiert der kann das ja einfach mal gibt einfach ein bei google hier superfoods supertocks da wird er den artikel finden und kann sich das noch mal genauer zu gemüte führen ich fand es persönlich sehr spannend und habe auch also als konsequenz macht das so wie du dass ich sage hey das was ich von hier bekomme oder von möglichst nah dran das beziehe ich von hier und bei anderen sachen die einfach nicht hier angebaut werden können da schaue ich dann halt genau nach okay ja was ist jetzt vielleicht die beste quelle dafür ansonsten mache ich auch sehr viel gern mit ja einfach heimischen superfoods wie zum beispiel oder europäischen superfoods wie zum beispiel wild heidewerpulver finde ich zum beispiel super oder wird die wildkräuter hast du angesprochen sprossen ich benutze auch gern fermentierte sachen aus fermentierten gemüse kräutern und ja gerade bei also bei und bei den sachen die jetzt tendenziell problematisch sind da kann man ja auch zum beispiel die anbieter sich aussuchen oder halt auch mal zertifikate anfordern und fragen ja wie es diesbezüglich aussieht und zum beispiel bei also einige sachen wie zum beispiel hamfsamen gibt es halt aus china aber gibt es auch für etwas wenige euro mehr gibt es ja auch aus deutschland oder frankreich oder österreich mit hauen was sehe ich noch auf der liste ob man jetzt wirklich so sagen braucht wie goji oder acai bären werden sie glaube ich ausgesprochen ich denke nicht unbedingt da haben wir auch unsere heimischen bären die schmecken eigentlich mindestens genauso gut und da ist auch sind sehr viele gute sachen drin so sachen wie moringa okay gibt es nicht hier aber wenn man da kann ich mir schon vorstellen wenn es wirklich eine richtig gute quelle gibt dass das dann auch einen guten nutzen haben kann langfristig oder zum beispiel bei weizen gras oder gersten gras saft pulver das nutzen wir beide auch gern dann nehmen wir zum beispiel das von lebenskraft pur da habe ich auch ein gutes gefühl das wird ja auch auf einem speziellen boden in den usa angebaut was ich unbedingt noch hinzufügen möchte entschuldige dass ich störe die haben ja auch lebensmittel überprüfer also die ich glaube vier fünf die wirklich alle inhaltsstoffe ob es jetzt mischungen sind oder einzelne jetzt in gras saft das wird alles untersucht ich weiß jetzt nicht auf wie viele aber die die kontrollieren jeden einzelnen inhaltsstoff jedes mal geht es schon und da kann man vielleicht gut dann bezahlt man vielleicht ein bisschen mehr aber man hat die gewissheit dass zumindest da schon genauer hingeguckt wird auch wenn man nicht zu 100 prozent ausschließen kann und ich kann mich erinnern ich hatte ja ein video gemacht im frühjahr mit dem fabian von lebenskraft vor die haben auch das wildkräuter pulver und damit darüber gesprochen und das hat mich auch ein bisschen schockiert dass er sagt sie können keine wild sammlung aus deutschland nehmen weil es einfach zu belastet ist es entspricht nicht ihren anforderungen deswegen greifen sie für das wildkräuter pulver auf wild sammlung aus kroatien zurück weil es auch eine wildkräuter liebhaberin und ich würde jetzt auch nicht sagen es keine wildpflanzen ich würde einfach sagen erst weiter wildpflanzen aber achtet auf eine gute entgiftung und da sind wir uns ja einig dass man ja trotzdem gewisse superfoods wenn sie ein gut tun und man hat eine gute quelle und und für sich es gibt noch mal eine rückversicherung man sagt okay die und die sachen die lasse ich jetzt mal weg zum beispiel das was nur aus südamerika schaue einfach was kommt aus europa welcher quelle vertrauen dass man einfach auch noch schaut wie kann man den körper da trotzdem gut unterstützen bei einer täglichen gift und das empfehlen wir ja auch unabhängig davon ob jemand superfoods ist oder nicht weil wir einfach gewissen giftstoffen über luft über wasser über die tägliche ernährung auch ausgesetzt sind und ja genau soll auch nicht darum gehen angst zu machen sondern einfach nur zur information dienen genau genau ich finde es sehr wertvoll ich hätte auch gern ein paar jahre früher gewusst wusste ich damals nicht und also es ist auch ist ja auch keine große einschränkung denke ich dass man jetzt vielleicht mal weniger goji beeren und stattdessen ein paar heidelbeeren zu sich nimmt oder vielleicht sandhorn hagebotten brenner das sind doch die regionalen superfoods ich glaube sogar der dr dietrich klinger hat mal irgendeine ganz potente frucht das war wohl die heimische flaume oder das ist auch eigentlich ein superfood und gerade das bewusstsein klar es ist auch marketing die superfoods aus aller welt wir leben nun mal heute in der globalisierten welt wir können aus aller welt verschiedenste produkte und lebensmittel konsumieren aber dass man gerade wenn es um um lebensmittel geht ja dass wir uns auch mehr wieder besinnen was wächst bei uns was auch günstig ist und ich meine das was ich glauben wenn man da eine streuobstwiese kennt oder auch gerade hagebotten sandhorn brennessel kann man sich kostenlos sammeln und kann sich da gut versorgen teilweise auch trocknen und kann sich da auch gutes ganze jahr über damit versorgen ja einfach so eine bewusstmachung wie man weiter vorangehen will seinen ernährungsweg wenn man auf wenn man den fokus auch auf gesundheit hat und auf schadstoffminimierung ja und du hast gerade das thema giftbelastung angesprochen selbst bei heimischen wildkräutern das ist auch krass also wahrscheinlich kommt das dann also die werden sich ja schon gute gebiete ausgesucht haben hier in deutschland und da proben angefordert haben aber wenn das nicht gereicht hat dann kann es natürlich auch damit zusammenhängen dass vielleicht hier mehr von der luft runter kommt dass vielleicht da verschiedene sachen gesprüht werden gibt es auch einige videos dazu auf meinem kanal oder einfach die industrialisierung weiter fortgeschritten ist und daher ist es einfach also wenn jetzt schon die wildpflanzen so belastet sind teilweise dass lebenskraft pur nicht unbedingt die produkte daraus herstellen will dann ist es ja auch ein zeichen dafür dass wir in einer welt leben wo generell eine hohe giftbelastung ist wenn wir jetzt noch die ganzen sachen zusammenzählen aus der aus der ernährung haben wir gerade besprochen aus vielleicht alten zahnfüllungen aus medikamenten aus impfungen die man früher mal bekommen hat und es gibt ja so viele so viele giftquellen haben wir schon extra video dazu aufgenommen dass ja wenn man eins und eins zusammenzählt dann sollte man zu dem entschluss kommen dass entgiftung heutzutage wichtiger denn je ist wichtiger als vor zehn jahren vor 100 jahren noch bei einfach die gift die masse an giften und auch die toxizität der einzelnen gifte immer größer geworden ist und sie uns in unserer gesundheit extrem einschränken und daher ist es sehr wichtig regelmäßig zu entgiften ich habe auch noch ein kleines zitat was ich sehr toll finde vom geschätzten dr joachim mutter das würde ich mal noch kurz vortragen zum ende des interviews und zwar schreibt der der moderne mensch ist zig millionen künstlichen substanzen in lebensmitteln kosmetika und arzneimitteln sowie schwermetallen wohngiften feinstaub und strahlung ausgesetzt die es bisher in der menschheitsgeschichte nicht gab praktisch alle entfalten mehr oder weniger ihr krankmachendes potenzial und verursachen viele chronische krankheiten von magenbeschwerden und rückenschmerzen über bluthochdruck und erhöhte blutfette bis hin zu alzheimer diabetes und krebs denn sie blockieren wichtige enzyme und damit lebenswichtige stoffwechselprozesse wie zum beispiel die ausreichende bildung von hormonen die produktion von körpereigener energie atp oder körperbausubstanzen sie erhöhen massiv den vitalstoffverbrauch sie behindern wachstum und erneuerung von geweben sie hemmen die versorgung der zellen mit lebenswichtigen nährstoffen sie blockieren den abtransport von abfallstoffen sie erhöhen die belastung des körpers mit freien radikalen welche die körperorgane schneller altern lassen die abstanz zerstören oder verändern und bei der entstehung von fast allen krankheiten beteiligt sind sie verursachen entzündungsvorgänge im körper die zu zell- und gewebeschäden führen ja das war schon das zitat ich habe jetzt ich dachte eine zeile kommt noch genau finde ich sehr gut ausgedrückt wurde also er schreibt war sie einmal erstens dass wir in einer ganz anderen welt leben und zweitens was körperlich passiert wie gifte da ansetzen ursächlich als als ein hauptfaktor dass dann einfach verschiedene dinge im körper nicht mehr normal ablaufen und sich daraus halt symptome entwickeln hat ja auch das buch geschrieben lass dich nicht vergiften ich finde es auch ein guter überblick welche herausforderungen es gibt mit was man also einfach um sich dann auch mal zu bewusst zu machen würde ich jedem empfehlen dass sich für das thema entgiftung interessiert und auch wie man es minimieren kann da gibt er auch tipps und hinweise und es dient auch einer gewissen bewusstwertung was wir einfach ausgesetzt sind einfach da bewusst dran zu gehen genau und da gibt es ja verschiedene möglichkeiten um zu zu entgiften wir haben ja da produkte für uns herausgefunden die wo wir sehr gute erfahrungen gesammelt haben selbst und aber auch ja die leute mit denen wir diesbezüglich zusammenarbeiten die wir da betreuen möchtest du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen silke ja mittlerweile habe ich ja auch über anderthalb fast ein und ein dreiviertel jahr erfahrung damit und ich mache ja meistens so ich teste das erst mal für mich selber bevor ich damit nach draußen gehe und habe mindestens vier monate getestet und kenne ja auch wirklich verschiedene entgiftungsmethoden seit meiner ernährungsumstellung ob das eine ernährungsumstellung direkt ist ob das fasten ist gewisse darmreinigung ob das verschiedene zeolit pulver sind mit chlorella mit koriander ach alles mögliche was man mit natürlichen mittels gibt da noch die schiller therapie was du doch anwendet das habe ich jetzt keine erfahrung damit alles was man so im privaten rahmen machen kann und ich kann nur sagen das übersteigt alles was ich bisher erlebt habe auch auf emotionaler ebene also diese diese ebene körper geist und seele wird da wirklich angesprochen so eine ganz andere art der reinigung in meinen augen das effektivste was es gibt so und ja die die begleitung der menschen zeigt auch was damit möglich ist wir tauschen uns ja da auch regelmäßig dazu aus du hast ja auch eine eigene gruppe ja wo wir einfach es gibt auch verschiedenste themengruppen ob tiere auch adhs autismus das hat mir in unserem anderen entgiftung video ja auch schon besprochen wo einfach menschen ihre erfahrung teilen wo sie da auch begleitet werden und ich denke ja an die zuschauer wenn ihr damit resoniert wenn ihr vielleicht auch schon viel getestet habt und ihr möchtet gerne das probieren und möchte auch von uns begleitet werden ja dann schreibt uns einfach an ihr findet die e mail adresse um uns zu kontaktieren unter diesem video beziehungsweise auch im ersten angepinnten kommentar genau und was wirklich na gut man kann jetzt fast gar nicht sagen erstaunlich was ich sage jetzt trotzdem was erstaunlich ist dass man wirklich die komplette bandbreite haben wir von leuten dabei von jung bis alt von verschiedensten gesundheitlichen herausforderungen sage ich jetzt mal egal ob es pms endometriosis oder depression oder brain fog oder ja mir fallen gerade die krankheiten gar nicht allein ist vielleicht besser so bekommen wir immer sehr sehr gutes feedback von den leuten und die bleiben dann auch dabei und merken halt dass sich ja gesundheitlich einiges tut und genau wie sie schon gesagt habt wenn ihr da interesse habt wir haben da auch telegram gruppen wo wir die leute kostenlos betreuen wenn ihr da weitere infos dazu wollt dann schreibt einfach eine e mail an denen an die e mail adresse die in der video beschreibung oder in dem kommentar ist und genau ich denke dann sind wir soweit durch oder ja ich danke dir wieder sehr für deine expertise lieber soren hat wieder sehr viel freude gemacht ich hoffe wir konnten wertvolle impulse nach draußen geben ja danke auch für deine expertise und ja bis zum nächsten mal ja lasst euch gut gehen bis bald ihr lieben tschüss tschüss tschüss